Was denn, Kinder? Wieso so traurig? Uns ist langweilig. Wir haben nichts zu tun. Na, vielleicht hilft euch ja das. Wow, der Mr. Henkie-Bausatz! Genau, Kinder, jetzt könnt ihr euch euren eigenen Mr. Henkie basteln. Verwendet einfach dieses spezielle Fäkalfischnetz, um euch den besten Mr. Henkie auszusuchen. Kinder! Dann könnt ihr mithilfe dieses Henkie-Ständers Augen, Mund und Mütze zufügen. Ali! Hallo! Mein Mr. Henkie kommt aus Mexiko. Jetzt ist es eine Mrs. Henkie. Jetzt kriegt er einen Araberhut. Ich wünschte, Papi wäre noch am Leben. Der Mr. Henkie-Bausatz wird mit allen hier gezeigten Einzelteilen geliefert. Wo ist denn Mr. Henkie? Ich liebe dich, Spätzchen. Ich liebe dich auch.